Hallo, hier ist Kultur Berlin am 24. September 2010 live von der Deutschen Oper in Berlin zur Wiederaufnahme der Oper von Blut Debussy, Piliers et Melisandre, hier unter dem Dirigat von dem Chef im Haus Donald Runnickles. Ja, die Deutsche Oper gleicht im Moment eher einer Baustelle, wie man sieht. Ich hoffe aber, dass sich das hier in der Saison 2010-2011 noch ändern wird. Für mich heute der ganz persönliche Auftakt zur Opernsaison 2010-2011 in Berlin.